In dem vorherigen Video habe ich schon erklärt, wie man Funktionen selber schreibt. In diesem Video geht es jetzt um sehr spezielle Funktionen, nämlich um rekursive Funktionen. Und das sind Funktionen, die sich selber aufrufen. Wofür man sowas gebrauchen kann und wie man sowas realisiert, das zeige ich hier in diesem Video. So, ich starte jetzt zunächst einmal damit, eine Funktion zu realisieren, die eine mathematische Operation implementiert, nämlich die Berechnung einer Fakultät einer Zahl. Und wie das hier dargestellt ist, ist die Fakultät einer Zahl n gleich dem Produkt der Zahlen von 1 bis n. So, in der Main-Funktion bitte ich den Benutzer eine Zahl einzugeben, deren Fakultät berechnet werden soll. Und die Fakultät wird in Zeile 16 dann innerhalb des Printf berechnet und das Ergebnis wird dann ausgegeben. Hier habe ich in dem Beispiel den Wert 5 eingegeben und 5 Fakultät ist 120. So, das, was ich bis hierhin vorgestellt habe, ist im Grunde nichts Neues. Und das habe ich in einem vorherigen Video, in dem es um Funktionen ging, schon erklärt. Man sieht hier also, dass eine Funktion, nämlich die Funktion Fakultät, aus einer anderen Funktion, hier der Main-Funktion, aufgerufen wird. Funktionen können aus allen Funktionen wieder aufgerufen werden. Und interessanterweise können Funktionen auch sich selber aufrufen. Und das ist etwas Neues, etwas, was ich in dem vorherigen Video eben noch nicht gezeigt habe. Funktionen, die sich selber aufrufen, werden rekursive Funktionen genannt. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wofür braucht man sowas überhaupt? Tatsächlich ist so etwas motiviert durch mathematische Anwendungsbeispiele, wo tatsächlich Berechnungsvorschriften so formuliert sind, dass Funktionen sich selber wieder aufrufen. Also eine Rekursion kommt nicht allein aus der Informatik, sondern ist verankert schon in der Mathematik. Und das Ganze möchte ich hier an dem Beispiel der Berechnung einer Fakultät einmal erklären, wie man die Berechnungsvorschrift für die Berechnung einer Fakultät eben rekursiv definieren kann und später dann auch rekursiv implementieren kann. Hier sehen wir jetzt nochmal ausgeschrieben die Berechnungsvorschrift zur Berechnung der Fakultät einer Zahl n. Und diese Gleichung können wir jetzt wie folgt umschreiben. Das, was ich hier in der geschweiften Klammer zusammengefasst habe, ist ja gerade die Fakultät der Zahl n-1. Das heißt, wir können die Berechnungsvorschrift zur Berechnung der Zahl n-Fakultät auch umschreiben als n mal n-1 Fakultät. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal unter Verwendung einer Fallunterscheidung aufschreiben. Also n-Fakultät kann man berechnen aus n mal n-1 Fakultät für den Fall, dass n größer 0 ist. Oder n-Fakultät ist gerade gleich 1 für den Fall, dass n gleich 0 ist. Der letzte Fall ist so definiert. Dieser untere rote Fall hier, das ist das Abbruchkriterium für die Berechnung der Fakultät n nach dieser Berechnungsvorschrift. Denn ganz wichtig ist, dass die Funktion hier, die Funktion Fakultät, sich nicht unendlich oft selber wieder aufruft, sondern es muss ein Abbruchkriterium geben. Und in diesem Abbruchkriterium darf die Funktion sich eben nicht wieder selber aufrufen, sondern muss einen festen Wert zurückgeben. Und das ist hier der Wert 1. Und so wie die Funktion hier dargestellt ist als Fallunterscheidung, kann man die Funktion eben auch rekursiv in der Programmiersprache C implementieren. Und das Ganze zeige ich jetzt einmal. Dazu ändern wir jetzt den Inhalt unserer Funktion Fakultät, so wie wir das hier unten rechts stehen haben. Und hier sehen wir jetzt, wie diese Funktion also rekursiv implementiert ist. Denn Fakultät ruft sich in Zeile 6 selber auf, für den Fall, dass n nämlich größer als 0 ist. Dabei wird aber das Argument n um den Wert 1 reduziert. Und das Ganze geht eben so lange, bis am Ende Fakultät mit dem Wert n gleich 0 aufgerufen wird. Dann wird 1 zurückgegeben und dann kann schrittweise das Ergebnis der Fakultät n bestimmt werden. Lassen wir das Programm einmal laufen. Hier sehen wir jetzt wieder genau das gleiche Ergebnis wie zuvor. 5 Fakultät ist 120. Und diesmal ist das rekursiv berechnet worden. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man etwas verwirrt ist und nicht genau nachvollziehen kann, wie diese Funktionsaufrufe denn tatsächlich passieren. Um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, versuche ich das einmal nochmal etwas aufzuschlüsseln. Also der Aufruf der Funktion Fakultät mit dem Argument 5 führt dazu, dass hier berechnet wird 5 mal Fakultät von 4. Das heißt, hier wird also wieder Fakultät selber aufgerufen. Und das Ergebnis 5 mal Fakultät 4 kann eben so lange nicht berechnet werden, wie nicht das Ergebnis des Aufrufs von Fakultät 4 vorliegt. Also muss zunächst einmal das berechnet werden. Hier haben wir das gleiche Problem wie zuvor. Und das wiederholt sich jetzt noch mehrmals. Schließlich sind wir also da angekommen, dass wir Fakultät mit dem Argument 0 aufrufen. Und die Fakultät von 0 ist definiert als 1. Und den Wert kann man also tatsächlich dann zurückgeben. Nachdem dann also nach dem Aufruf von Fakultät mit dem Wert 0 ein Wert vorliegt, nämlich hier der Wert 1, kann eben auch das Ergebnis von Fakultät 1 berechnet werden. Also 1 mal 1 ist gleich 1. Und das wird hier hochgegeben. Dann kann also auch dieser Wert ersetzt werden. Und der Aufruf von Fakultät 2 liefert dann wiederum ein Ergebnis, nämlich 2. Das kann ersetzt werden. Und Fakultät von 3 kann berechnet werden, nämlich 3 mal 2 ist 6. Fakultät von 4 kann wiederum berechnet werden. 4 mal 6 ist 24. Und schließlich kann dann also der Aufruf von Fakultät 5 berechnet werden. Und das liefert 120. Man sieht also, dass die Funktion Fakultät hier geschachtelt sehr häufig aufgerufen wird. Und bei jedem neuen Funktionsaufruf der Funktion Fakultät muss der alte Programmstand sozusagen zwischengespeichert werden. Und das Zwischenspeichern passiert in einem sogenannten Stack oder einem Stapelspeicher. Das kann man sich so also vorstellen, dass bei dem Aufruf von Fakultät 5 ja zunächst einmal Fakultät 4 aufgerufen wird und erst das Ergebnis berechnet werden muss. Das heißt, hier wird also dieser Programmstand zunächst einmal zwischengespeichert. Das gleiche gilt für alle anderen Funktionsaufrufe auch, in denen wiederum Fakultät selber nochmal aufgerufen wird. Das, was ich jetzt hier als Blöcke innerhalb des Stapelspeichers gezeichnet habe, soll also die Programmstände, die also zwischengespeichert werden müssen, symbolisieren. Und die werden eben übereinander abgelegt. Und daher kommt auch der Begriff Stapelspeicher. Die werden also im Grunde übereinander gestapelt. Und erst, wenn konkrete Ergebnisse für die Funktionsaufrufe vorliegen, so wie hier ab dem Aufruf von Fakultät 4 Null, werden dann nach und nach die alten Programmstände wieder aus dem Stapelspeicher geladen und dann kann das Programm eben wieder weiter abgearbeitet werden. So, hieran erkennt man auch die Nachteile von rekursiven Funktionsaufrufen. Der erste Nachteil ist eben, dass die einzelnen Programmstände alle zwischengespeichert werden müssen. Und das ist eben sowohl Zeit- als auch Speicheraufwendig. Der zweite Nachteil ist, dass so ein Stapelspeicher keine unbegrenzte Kapazität hat und es dabei eben zu sogenannten Überläufen kommen kann. Und diese Überläufe sind Fehler im Programm. Das Programm bricht dann tatsächlich ab, wenn so ein Überlauf passiert. Und der Fehler, der dann typischerweise ausgegeben wird, ist ein sogenannter Stack Overflow. Man sieht hier also, dass man bestimmte Probleme auf sehr elegante Weise unter Verwendung von Rekursionen lösen kann. Aber diese elegante Lösung muss nicht unbedingt immer die beste sein aus der Sicht der Laufzeit oder des Speichers. Und in aller Regel kann man eben auch solche Probleme lösen, ohne speziell auf rekursive Funktionen zurückzugreifen, wie eben das Eingangsbeispiel gezeigt hat, wo wir die Fakultät eben unter Verwendung einer Vorschleife berechnet haben.